Hi, heute Nachmittag wieder einschalten, seit zwei Frauen, du ab 2 Uhr. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, habe ich gesagt. Nee, nein. Was denn jetzt? Ach, ich habe dich eingeladen. Ja, ich habe was Besseres vorgehabt. Die ist nicht mal gekommen, weißt du was? Oh, jetzt bin ich beleidigt. Oh, jetzt herrklau. Jojo. Keine Luft drauf.